Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 14. Oktober 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1100. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Model Y, Fortnite, Unpacked Tal 2, Squid Game, Zeppelin 2021, Acer und Motorola. Da hat Ilmask was von der Stange gelassen. Nachdem es immer wieder Verzögerungen gab an der Grünen Heide oder auf der Grünen Heide oder wie auch immer bei der Gigafactory 4, hat er jetzt verlauten lassen, dass noch in diesem Jahr der erste Model Y auf dem Förderband rollen wird. Der Plan war eigentlich alle europäischen Bestellungen des Model Y über Berlin ausliefern zu können. Eben durch vorgenannte Verzögerungen hat das nicht ganz so geklappt. Und da müssen die ersten Modelle noch aus China angeliefert werden. Wenn eben Ilmask recht hat und er wirklich die Bewilligung noch bekommt, welche unter der Hand gehalten anscheinend schon fast durch ist, dann sollte das bald möglich sein. Ich drücke dem jungen Herrn mal die Daumen. Ich finde nämlich, er hat es verdient. Fortnite, ein Spiel, das aufreger fabriziert. Nicht nur bei Eltern, dessen Kinder das gamen bis zum Umwinken oder Kinder, dessen Eltern das gamen bis zum Umwinken. Nie, die sind ja in Clinch. Genau gesagt, Epic Games ist in Clinch mit Apple und mit Google. Apple war jetzt mehrfach im Gespräch, weil ja, sie haben verloren, halbwegs zumindest oder auch gewonnen. Das ist immer eine Ansichtssache. Apple geht ja einen Schritt weiter und das soll anscheinend jetzt auch Google tun, denn Google ist der Meinung, dass sie Geld verloren haben, durch das, dass eben Epic gegen die Developer DDA verstoßen hat. Ich kürze das mal ab. Wer das ausgeschrieben lesen möchte, auf daily.geektalk.ch oder im Podcast Schreuz Vertrauens ist ein Link zum Artikel dazu. Auf jeden Fall, Fortnite hat was eingestellt, worüber eben die Nutzer wählen konnten, über Google zu bezahlen oder über Epic-Bezahlsystem. Das ist gegen Googles Bestimmungen, gleich wie bei Apple. Deshalb hat man sie rausgeschmissen. Was sie aber nicht gemacht haben wie Apple, sie haben das Konto nicht gesperrt. Epic hätte also jederzeit eine richtige App nachliefern können und dann damit auch wieder legal sein können. Aber ja, falsche Füchse, wie man es halt so schön sagt, haben sie nicht getan. Sie behaupten ja, sie hätten es, aber lassen wir das. Ja, sie haben es nicht getan. Deshalb sieht sich Google in Recht, das Geld, was sie seit dahin verloren haben oder nicht bekommen haben, einzufordern. Ich gehe mal stark davon aus, dass das aufgrund der Apple-Klage, wo ja ein Betrag genannt wurde, was sie Apple bezahlen müssen, weil das verloren gegangen ist, dann in eine ähnliche Richtung gehen wird bei Android, sprich bei Google. Weiter geht es mit Samsung. In der nächsten Woche ist ja richtig was los. Am 18. ist das Apple-Event, am 19. ist das Google-Event, am 20. ist das Samsung-Unpacked-Teil-Zwei-Event. Normalerweise gibt es das Unpacked-Event im August und dann im, wie heisst es, dieser Monat? Februar, genau der zweite. Jetzt gibt es auch eines im Oktober. Ich bin mal gespannt, was da gezeigt wird. Eventuell neue Tablets, eventuell neue, keine Ahnung was. Wir werden es sehen. Nächste Woche sind wir schlauer. Im Daily werden wir euch natürlich darüber informieren, sobald wir Informationen haben. Squid Game ist die erfolgreichste Serie auf Netflix. Das hat Netflix jetzt selber kommuniziert. Über 11 Millionen Konten, und da gibt es ja auch noch Unterkonten von diesen Konten, aber unter die 11 Millionen Konten haben die Serie begonnen zu schauen. Wie viele das weit geschaut haben, wie viele überhaupt, wie lang geschaut haben und so weiter, das weiss man nicht, aber es ist eine beachtliche Zahl. Meine Frau hat es gesehen, jetzt muss ich irgendwann auch noch die Zeit finden. Bitte spoilt mich nicht, ich will nichts wissen. Irgendwann schaue ich es mir dann an. Ach, der Bowers Wilkins Zeppelin. Das ist ein so schönes Gerät. Ich habe noch das Original, da wo man den 30-Pin-iPhone und iPod draufstecken konnte. Da oben rechts steht er und er macht immer noch so schöne Musik. Der wurde jetzt in der neuen Version, in der 2021er Version, aufgelegt. Preislich immer noch in der gleichen Richtung, irgendwas um die 800 Währungseinheiten. Was ist neu mit dabei? Airplay 2 und Amazon Alexa sind mit drin. Natürlich ist auch Spotify Connect und die Möglichkeit, über Bluetooth Musik draufzuspielen. Somit kann er aus verschiedenen Wegen gefüttert werden. Bei der Hardware hat sich nicht viel verändert. Fünf Treiber insgesamt, ein paar Hochzolltöner etc., zwei 3,5 Zoll Mitteltöner und ein einzelner 6 Zoll Subwoofer ist mit verbaut. Alles, was so reingehört. Und im nächsten Jahr wird ein Firmware-Update für das Gerät kommen. Womit man das Ganze dann in Multi-Room-mässig nutzen kann. Hach, mehrere solche Zeppelins in jeden Zimmer rein. Wie wäre das doch schön. Genau. Acer hat einiges an neuen Produkten vorgestellt. Zum einen sind das neue Chromebooks-Modelle. Und ich würde euch auch gerne berichten, was sonst noch alles gekommen ist. Aber irgendwie sind die Pressemitteilungen wieder mal nicht bis zu mir durchgesickert. Und somit, ja, Hohlschuld oder auch nicht Bringschuld. Ich habe die Chromebooks irgendwo aufgegraben und über die werde ich jetzt kurz berichten. Es gibt neue Chromebooks. Gerne würde ich euch mehr sagen. Aber ja, wie gesagt, Acer, ja, wie wäre es, wenn ihr das mit den Mails mal in den Begriff bekommt. Oder besser gesagt, die PR-Firma dahinter, die kriegt es ja nicht hin. Motorola Ready 4. Das ist eine Technologie von Motorola, dem Smartphone-Hersteller, was die kann. Es ist ähnlich wie Samsung Dex oder das, was Huawei kann mit der Share-Funktion. Den Screen vom Smartphone auf den grossen Screen bekommen und damit dann arbeiten zu können. Wie das genau funktioniert, habe ich euch in einem Blogpost zusammengetippt und auch in einem Video gepresst. Je nachdem, ob ihr lieber lest oder anguckt, ihr könnt euch entscheiden und das Ganze anschauen. Sofern ihr dann Lust habt. Link auch dazu, wie zu all den anderen Themen, auf daily.geektalk.ch. Habe ich aber heute, glaube ich, schon mal erwähnt. Oder im Podcatcher eures Vertrauens. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und erholsamen, nee, erfolgreichen Donnerstag. Wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pugipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.